Es wird Nacht, wir müssen schlafen. Leg dich hin, schnell. Weil ich will mein Bett abbauen, bevor es removed wird. Wenn es steht, wird es nicht removed, wenn es los ist. Ja, deswegen ja. Na, na? Ja, 120 Sekunden sind zwei Minuten, ne, 160. Drei Minuten. Jetzt wird hier noch zwei Minuten stehen. So, jetzt sehe ich es mit dem Schild an. Ich zoome es sogar an. Es wäre geil, wenn da so eine Mini-Explosion kommen würde. Erzähl mir bitte nochmal genau. Wo liegen die Schilder? In der Werkbank da, ne, unten, ne? Im Lager. Im Lager in der Holztruhe. Über den Gade, genau. Wenn du die Tür reinkommst, gleich die erste obere Truhe links. Also, ähm, an dem Regal. An dem Hochregal. Ah. Wie ich es mit C anvisiert habe, ne? Also, es ist so, als wenn wir da stehen, und jetzt sind zwei Hühner, kämpfen, und wir mit Geiern, Alter. Geier hat bestimmt irgendwas gebaut, oder? Und hat lauter Sachen liegen lassen. Ne, nix. Alles gebaut. Ich stehe, ich stehe überall. Ja, wir haben mal die Performance des Servers ein bisschen verbessert. Weil, wie ihr ja gesehen habt, in der letzten Aufnahmefolge hat der Tom, ne, okay, nicht in der letzten, sondern in der vorletzten, glaube ich, müsste es sein, der Tom den Server öfters mal kaputt gemacht. Nicht nur ich. Ne, ich hab'n auch einmal gecrashed. Einmal. Du hast'n gleich zweimal, dreimal hintereinander. Ich kann's halt. Muss ich nur einmal die Schläder irgendwo hin platzieren, dann der muss draufschreiben. Ja, wenn du mit Rechtsklick platzierst, kommt schon, dass ich schreiben muss. Komm schon. Okay. Ich bin das, Bromwitz. Ein bisschen nach rechts, ja cool. Berg, 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 Berg. Okay, das ist ein Mega-Birker. Oder Birken, weil ich hier. Oha. Oha, da hinten links baut sich auch voller Mega-Wald auf. Du hast'n Riesen-Wiese. Hm, aber er ist riesig. 3, 2, 1. Bist du noch da oben? Ja. Komm, spring. Mit Anlauf. Zack, vor mir zerschellt. Ich hätt' mich so tot gelacht. Willmann. Ja, Adventure-Mal-Profis. Ja. Du hast hier die eine Folge. Die heutige Folge, die kommt, musst du angucken. Die heißt Entertain-Turm-Springen-Spezial. Ich bau'n Stemmer, weil er da runter springen kann. So extra, sodass er keinen Schaden kriegt. Extra ein Wasserfeld, ja. Frag ihn noch so. Das ist direkt an der Mauer. Er erklärst ihm noch. Du musst eigentlich gegen die Mauer springen, dann fällst du direkt rein. Schaffst du das? Hm. Ich denk mir, in dem Moment so schafft er eh nicht. In dem Moment springt er und springt halt einen halben Millimeter zu weit links und landet auf dem Erdblock. Loll, ich wurde zurückgesetzt. Was ein Leck. Ja, wenn ich den Blut und den Schild an der Wand dransetzen, hat das einen Abschluss? Nee, ne? Nee, eigentlich nicht. Wenn's an der Wand ist, ist es an der Wand. Ich will dieser... Du musst halt nicht auf den Boden gucken, ne? Wenn's auf dem Boden steht, da ist ja auch ein Ass dazwischen, also ein Stiel sozusagen. Dann hast du es auf dem Boden platziert. Du musst die Wand angucken. Akazien! Da ist Akazien! Loll, Alter, und ich bin fünf Kilometer weit gelaufen, Mann, und jetzt schon wieder so nah, da kommt Akazien... Das Spiel will uns verarschen, Tom. Merkst du das? Naja. Aber das ist jetzt auch schon wieder im entdeckten Bereich. Also wir müssen nach links auf jeden Fall. Ja, sag ich doch, ich war hier... Was? Ich war schon mal, hab die Akazien übersehen? Ja, Tom. Ich kann auch mal bitte gucken. Ich kann grad nicht. Ich muss Tom gucken. Was ist das in der Suche? Ja. Ja. Alter, aber wir müssen irgendwas entdecken, weil der Sarra leckt ein bisschen. Alter, wie mischt das Schaf aus, dass die Kuh ausmooft, Alter. Warte, ich hab halt einmal gebraucht, wenn ich mein Kind endlich lecker habe. Ja, nee, an der Mauer kannst du es nicht. Da ist ja... Das ist ja eine Steinmauer, die du machst. An der Steinmauer geht es nicht. Da hast du nur eine Lücke drunter. An welcher Steinmauer? Das geht auch an jeder Mauer. Der hat auch schön das Bild anguckt. Nicht an den Blockmauer? Er macht ja wirklich eine Stein-Zaun-Mauer und so. Und da geht es nicht ran. Ich seh auf dem Bild noch nicht mal ein Schild, Alter. Wo soll es da sein? Das Schild. Hä? Das ist doch direkt da oder dran. Ach, halt. Das ist ein... Ja. Du bist ein Idiot. Nee, daran geht es nicht. Es geht nur an Wandplöcken. Ähm, wo lang? Äh, da lang. Da hinten ist ein Dorf. Wo ist ein Dorf? Da hinten. Nee. Ach, der geht geradeaus von mir. Ach, da. Oh, 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 oh. Alle Kisten abchecken, Digga. Oh, mit Wege? What the hell? Ja. Die bauen... Also die generierten Dörfer sind schon teilweise recht cool. Warum müssen wir mal irgendwie strafen nach unten bauen? Wie eine Mine eventuell? Äh, könnten wir eventuell tun. Oder ein Dungeon? Ja, könnten wir tun. Nachdem wir das hier alles abgecheckt haben. Hier sind ein Villager. Guck hier, so ist die Schmiede hier. Ist so ziemlich ähnlich. Ist in den Öfen was drin? Nee. Und in der Schmiede ist meistens eine Truhe. Und was ist in der Truhe? Ein Eisen, vier Eisen. Und Äpfel. Die nehme ich natürlich alle miteinander. Ja. Hatten wir rote Bete schon? Ich habe jetzt hier rote Bete. Okay, verdammt. Also, wir haben alle... Neun Dinge. Neun Früchte. Oh, ich muss noch essen. Fail Welterstellung. Du hast auch Möhren dabei, ne? Aber du hast in jede Menge Stacks bestimmt einstecken, oder? Nein, 45 habe ich noch. Du kannst ja ein paar abbauen. Oh, ich muss noch mal wieder aufladen. Was sind hier im Haus drinne? Und hier war ich neben drinne bis jetzt, ja? Alter, der Brunnen hier geht ziemlich tief. Ich überlege gerade, ob ich reingehe, um zu gucken, ob da was versteckt ist. Dann lass uns doch gleich zusammengehen. Äh, ne, hier ist nix. In dem Brunnen. Echt, das ist aber so liebend wie nix hier, ne? Keine Kisten, nix. Der eine habe ich gefunden. Und zwar hier in der Schmiede. Habe ich schon geradet. Okay. Also entweder wir bauen uns hier runter, oder wir gehen noch ein Stück. Oh, halt's mo- Ah, Moment. Was kann man hier handeln? Fleisch gegen Emeralds. Das wir mal abchecken wegen XP-Fläschchen. Ja, ja. Nein, wir haben sie nicht. Hm, okay. Okay, alles klar. So ein Albus-Emeralds loswerden. Den hier kann ich gar nicht anlabern, Alter. Kann auch nicht anlabern. Ich bin eigentlich dafür, dass wir noch ein bisschen laufen. Ja, ich... Weil hier hinten geradeaus sehe ich ein bisschen viel Sand, da könnte eine Wüste kommen. Ja, und da könnte da vielleicht ein Dings sein, ne? Ein Tempel. Ja. Auch direkt hinlaufen. Willst du, was auch helfen könnte? Was denn? Was könnte helfen? Wo bist du? Wenn ich das Rennen ausschalte, oder? Ach, Gott. Dann sehen wir ja nicht mehr, wo wir sind und wo wir waren. Hm, ja, die Web bleibt ja. Bloß, dass er das nicht nebenbei rendert eigentlich. Aber so schlimm ist es bis jetzt auch noch nicht, ne? Ne, so schlimm ist es nicht. Also, wenn es schlimm mehr wird, dann könnte man rein theoretisch mal darüber nachdenken, das kurz auszuschalten. Du könntest den AMA-Server stoppen. Den habe ich schon gemacht. Okay, weil, ähm, der müsste noch... noch eine getriggerte Stadt oder zwei haben. Naja, der war gut, äh, gut am Laden vorhin. Da habe ich einfach direkt runtergefahren. Also, ich bin in der Wüste. Ja, ich bin hinter dir. Ah, okay. Da ist doch schon ein Tempel, ne, oder? Ne. Ne, das hatte ich auch gedacht. Ein Hase. Hasen haben wir noch, keiner. Sonnstein? Also, entweder wir bleiben jetzt wach, weil wir in der Wüste sind. Irgendwie ist egal, oder? Oder wir schlafen, weil, ähm, ja. Ja, schlafen wir ganz gut. Weil es geht nämlich darum, wegen Endermänner. Aber es ist gut zu wissen, dass wir in 160 Sekunden sind, dass es jedes Mal Nacht wird. Ja, komm, wir gehen schlafen. Liegen alle? Ja. So, Tom, in welche Richtung gehen wir weiter? Ich muss jetzt gucken, wo du bist. Hinter dir. Ja. Exakt hinter dir. Ich würde sagen, hier dann nach rechts, weil links, äh, hört schon wieder der Wald auf. Okay. Hier? Warte. Ich würde sagen, einfach strange geradeaus jetzt noch. Ja, ne? Oh, sobald ich rote Wüste finde oder so, werde ich so viel Sand abbauen, das glaubst du aber. Weil, neue Biome, Alter, ich will die alle haben, oder sehen zumindest. Links ist Birkenwald. Ja, Stefan, war gestern eigentlich ganz lustig, wir sind mit Tanks rumgefahren und haben die ganzen Shatter eingenommen, zu viert. Ja. War richtig cool, also. Konnt ihr das denn? Ja, du bist ja weggegangen, deswegen. Ähm, aber war trotzdem cool. Okay. Du bist da links, okay, dann bleib ich mal hier rechts ein bisschen. Das Gute ist, dass du mich ja auf der Karte siehst, wo ich bin, weil es verlaufen können wir uns eigentlich nicht. Beziehungsweise, ähm. Ach, da bist du. Okay, hier fängt schon wieder Wald an. Äh, sehe ich schon. Akazien und Kriotas sind. Da vorne ist aber, ne, warte.